Wir haben den nächsten Wels! Das müssen wir umbringen, leider. Das ist, äh, onvasiv. Wir haben eine Krankheit, bringen ihn ins Gewässer rein, kann einen Fischsterben auslösen, dass hier auf einmal Welser drin sind, so weißt du? Ja, wieder aussieht. Schon der zweite, seit letztes Mal. Ja. Wieder ein Wels einfach. Ich würde sagen, ich bring den schnell um. Ja. Oder, dass wir das hinter uns haben. Und da benutzen wir immer so Fische, die wir jetzt töten mussten. Machen wir die kleinen, kleinen Stücke und schmeißen die Fischfetzen wieder hier rein. Ich finde auf jeden Fall, der europäische Wels ist halt krass. Also ich finde auch krass, wie der den rein übernommen hat, dass sie, dass sie auch die ganzen, dass sie auch so 50er Karpfen und sowas fressen, ne? Dass sie so einen Schaden anrechnen können.